Musik Ahoi Ladies and General People und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Fernbus Simulator. Ja, wir befinden uns immer noch auf dem Weg Richtung Erfurt über Braunschweig, Hannover, Kassel nach Erfurt, genau. Und beim letzten Mal konnten wir hier leider nicht weiterfahren und jetzt schauen wir mal einfach, ob wir es diesmal können. So, ja, wir können wunderbar, sehr schön. Gut, dann, ne, pausieren brauchen wir jetzt, weiß Gott nicht. Eine Pause hatten wir vorhin. Also von daher. Fahren wir direkt wieder auf die Autobahn rauf. Huch. Sollten auch Gas geben, anstatt zu bremsen. Es wäre sinnvoll, Gas und Bremse nicht zu verwechseln, nicht wahr? Sonst meckern die gleich wieder, dass wir zu langsam sind und solche Geschichten. Ja. So. Schön, schön, schön. Ja, nach Braunschweig sind es jetzt 0 Meter. Na gut. Hätte gedacht, er ließ es weiter, aber wenn er meint. Zack, Tempomat. Kann ich mir auch mal an der Nase kratzen, die gerade so juckte. Das ist dann immer sehr wohltuend, wenn man es dann entjucken kann. Nicht kratzen, waschen. Ja, aber nicht jetzt. Gut. Da ist schon wieder Magdeburg. Ja, wir wurden ja in der letzten Folge von der Autobahn, also, ja, wir wurden zweimal von der Autobahn hier runtergeholt. Zweimal auf den Rastplatz für eine Polizeikontrolle. Aber wir mussten auch die Autobahn verlassen aufgrund einer Baustelle und so, wie es aussieht. Also, ich hoffe, dass wir jetzt wieder, äh, ich hoffe, dass wir jetzt, ja, wo sind wir jetzt richtig? Hier sind wir hier richtig? Ich hoffe es. Ja gut, andere Möglichkeit gibt es ja eigentlich nicht. Also müsste das richtig sein. Und hier scheint jetzt auch keine Sperrung mehr vorzuliegen. Das war ja der Grund, warum wir, wie in der letzten Folge, nicht direkt hier weiterfahren konnten. Aha. Und da hat es auch schon Braunschweig 100 Kilometer. Ja, gut. Das, äh... Ich habe im Rückspiel gar keinen gesehen. Na gut, äh... Probieren wir es nochmal. So, äh... Was wollen wir jetzt sagen? Ich habe es vergessen. Ja. Ja, ne, Kollege. Ist, ist, ist klar, ist klar. Sie wollen, dass uns schlecht wird, dann haben Sie es gleich geschafft. Dräng mich mal ab. Hallo? So, es regnet. Da sollten wir vielleicht mal ein bisschen... ...den Scheibenwischer anschalten. Ja. Guten Tag, Herr Polizei. Die Rückspiegel haben sich auch ein wenig verändert. Kann das sein? Also so... Irgendwie von der Farbgestaltung... ...habe ich das Gefühl, oder? Oder sind meine Augen eingetrübt? Ich weiß es nicht. Nun denn. Das war es schon wieder mit Regen. Okay. 69 Kilometer nach Braunschweig. Ja. Das ist doch schon mal gar nicht so schlecht. Aha. Eine Polizeikontrolle. Wo gibt es denn sowas? Schon wieder? Kennen wir ja gar nicht. So. Schon lange keine mehr gehabt. Nicht wahr? Nee, komm. Wir sind... ...knapp über 60. Also bitte. ...weine nicht herum. So. Jetzt habe ich extra das Licht angeschaltet. Hoffentlich. Okay. Führerschein. Mhm. Mhm. Ja, wunderbar. Wunderbar. Das sieht doch gut aus. Jetzt setzen wir unsere Fahrt direkt mal fort. Super. So. Huch. Na, wirst du wohl? Wirst du wohl? Ja. Ja. Fast vorschriftsmäßig auf die Autobahn. Oh, da war Braunschweig gerade, habe ich gesehen. Habt ihr auch gesehen? Zack, da ist es. Das heißt also, die nächste Abfahrt wird die unsere sein. Mhm. Sehr schön. Das sind schon mal gute Aussichten. Ja, wir sind natürlich hoffnungslos zu spät. Das haben wir auch dem Zeitreisebus zu verdanken. Konnten wir also effektiv überhaupt gar nichts für. Das dann natürlich noch die Umleitung kam, war auch nicht eben zuträglich, die Pünktlichkeit betreffend. Äh, ne? Also. Ja. Ja. Wurde uns ordentlich in die Suppe gespuckt. Oh Mann, schaffen wir das noch? Ja. 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 Was für ein Seegang ist das? Äh, das ist, das ist definitiv extrem rauer und schwerer Seegang. Also das, nicht wahr? So. Jut. Nu Jut, nu Jut. Das, so, hätten wir bis hier auch schon mal wieder geschafft. Sehr schön. Gucken, was uns in Braunschweig erwartet. Danach ist, glaube ich, Hannover dran, nicht wahr? Und dann Kassel, wenn ich das richtig im Kopf hab. Bevor wir dann die Endstation Erfurt erreichen. So. Sehr, sehr gut. Ist auch interessant. Habt ihr gesehen, ne? Wer war 70, dann kommt das Schild, Geschwindigkeitsbegrenzung aufgehoben und auf einmal 60. Na gut. Zumindest laut Navigationssystem. So. Jawohl. Oh, Kerl. Lässt mich erst auffahren. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ei, 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 ei. Das war ein riskantes Unterfangen. Und ich hab jetzt nicht mal gesehen, ob wir überhaupt grün hatten. Na ja. Gut, ordnen wir uns schon mal hier links ein, weil bei der nächsten Gelegenheit müssen wir auch schon links abbiegen. Okay. So. Rollen wir mal langsam. Hier heran. An den F-F-Fer. F-F. F-F. Wie aus dem F-F. Komm, fahr. Jawohl. Gut, die nächste ist dann rechts rum. Rümmel. Was? Aus dem F-F-Fer wurde an K-C-Zerter? Ist das der gleiche gewesen? Ich hab jetzt nicht drauf geachtet. Eial. Ah ne, K-C-Z ist auch gar nicht richtig, sondern K-C-2. Irgendwas. So. Oh, oh, oh. Mann, 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 die fahren hier aber in Braunschweig, ey. Wie die. Ne, wie die Dings. Ihr wisst schon, was ich meine. So, was kommt hier an Kreisverkehr? Kreisverkehr. Ja. Okay. Hier geht's dann links. Tada. Tada. Na, komm schon. So. Gut. Gut. Wären wir also in Braunschweig angekommen. Sehr schön. Mhm. So. Na, Hannover, jawohl. Bitte sehr. Ja. Ja, das sind sie. Sie klingen genau wie ihre Schwester. Ja. Hallo. Ach, der will gar nix. Na gut. Na gut, na gut, der auch nicht. Hi, Sie wollen bestimmt mein Ticket sehen. Hm, ja. Auf geht's. Hallo, fahren Sie in meine Richtung? Ja. Cool. Hi, was geht's? Wunderbar, jawohl, danke. Ciao. Servus. Fahren Sie in meine Richtung? Ja. Sehr freundlich. Auch ein neueres Modell, also, ja und die, nach Mainz. Da sind sie hier aber falsch. Ja. Das sollten sie dann vielleicht machen, genau. Ja, war das alles, ne? Okay. Äh, was? Ich wollte gerade sagen. Ja, auf den Fahrtabfahrttermin müssen wir jetzt wohl nicht groß warten, wie. Da wir ja schon viel zu spät, wir sind sogar schon für Hannover zu spät, also von daher. Abfahren. Ansage. Hallo und herzlich willkommen bei Flixbus. Wir freuen uns, dass wir heute sein und wir gemeinsam unser heutiges Reiseziel ansteuern. Bevor wir richtig auf den Fahrt kommen, hier ein paar Hinweise. Auch bei uns im Bus gilt die gesetzliche Anschnallpflicht. Bitte schnallt euch letztendlich die gesamte Fahrt an. In den Sitztaschen vor euch findet ihr unsere Bordkarte mit weiteren Sicherheitshinweisen und Infos zu unserem Snack. Ich wollte gerade sagen, wieso wollte er mich nicht blinken lassen? Ich mache die Ansage mal aus. Ich glaube, die haben wir ja jetzt auch schon ein paar Mal gehört. Ist nicht das erste Mal, dass ich die abspiele. Von daher. So, Kollege, stehe ich dir wirklich? Stehe ich denn so doof? Naja, ein bisschen. Wäre aber noch genug Platz. Ich fahre jetzt auch nicht weg. Das sehe ich überhaupt nicht ein. Ihr könnt ja ruhig warten. Wenn du unbedingt meins, da stehen bleiben zu müssen. Ne, bitte, dann bleib doch auch da stehen. Also, haha. So. Jawohl. Schön. Hatten wir das also auch schon wieder hinter uns gebracht. Toll, ich hatte gerade überlegt, ob es vielleicht sinnvoller wäre, die erste hier schon nach links zu fahren. Dann sah ich, dann habe ich mir gedacht, nö, komm, fährst du noch drüber und dann sah ich die Autos vor der roten Ampel stehen. Hätten wir vielleicht doch machen sollen, aber gut. Beim nächsten Mal sind wir schlauer. Ja, klasse. Mann, 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 Mann. Das mysteriöse Verschwinden des Autos. Sachen gibt's. Die gibt's gar nicht. So, jetzt hier, äh, liebe Ampel. Es wäre mir ein Vergnügen, wenn du auf mich hören tätest und deine Farbe in ein schönes, beschauliches Grün ändern würdest. Aber so wie es aussieht, fahren da noch Autos. Das heißt, so schnell machst du's nicht, ja? Aber jetzt vielleicht? Oder? Ja! Ja! Und die nächste rote Ampel, ja. Wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht? Nun denn? Et nützt ja alles nix. Gut, ähm. Ähm. Ja, ich wollte noch irgendwas Hochtrabendes gerade sagen. Habe mich aber mal wieder selber verwirrt. So, dass ich dann hier doof saß und dachte, äh, Moment. Moment. Was wolltest denn du jetzt gerade schon wieder erzählen? Und warum hast du's wieder mal vergessen? Ich weiß es doch selbst nicht. Ich weiß es doch nicht. Ja. Verabschieden wir uns aus Braunschweig. Nehmen direkt Kurs auf Hannover. Nicht wahr? Nicht wahr? Beziehungsweise, nehmen erst mal Kurs auf die nächste rote Ampel. Ist halt so, ist halt so. Oh, da fahre drüber. Ist mir nicht ganz so gesund, wenn davor schon Autos stehen. So. Na ja, zumindest die Landstraße hat uns schon mal wieder. Und da vorne geht's dann auch auf die Autobahn rauf. Sehr gut. So. Wäre natürlich jetzt cool. Wenn wir direkt, ohne nochmal anzuhalten, auf die Autobahn fahren könnten. Was? Ist der mir hinten drauf gefahren? Kollege, Kollege. Hey. Ein Unfall, an dem ich nicht schuld war. Gibt's sowas? Selten, aber kommt offensichtlich auch vor. Interessant, interessant. Ja. Kann man den Blinker schon mal setzen. Ja, das war noch dunkel. Oh oh. Oh oh. Ich fahre mal hier zwischen. Ja. Sonntagsfahrer. Na echt, ey. Voll die Sonntags... Voll das Sonntagsfahrende Straßenschild. Jawohl. Jawohl. Ab auf die Bahn. Ab auf die Bahn. Das ist gut. Da freuen wir uns drauf. Ich tue so gern Autobahn fahren. Sehr schön. Sie hat uns wieder... Und da fliegt er wieder... über die mittlere Spur der Tetrabus. Gaspedal... bis aufs Metall getreten. Ziehen wir vorbei am Super-Q LKW. Richtung Hannover. Ja. Tag, Kollege. 61 Kilometer. Nun ja. Dann würde ich einfach mal sagen... An denen fahren wir noch vorbei. Ups. So. Und dann würde ich sagen... Verabschiede ich mich für diese Folge von euch. Wünsche euch weiterhin eine geile Zeit. Haltet die Ohren steif. Bis zum nächsten Mal. Euer Tetragamer Marcel. Ciao Leute. Tschüssi. Tschüssi- �� Nietzsche. Chönen. Schönen. Find es ihm 죄in. Schönen. Schönen. OT livro im Säkterer. sexulating. Vielen Dank.